Huch. Oh, wow. Danke, Siren. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja. Das finde ich so gratis haltvoll. Aber ich habe gar nicht gesehen. Scheiße. Kann das sein, dass mein Text da gar nicht angezeigt wurde? Leck mich doch, die dreckigen. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank für deine Spende. Huch. Oh, ich habe keine Angst gehabt, aber der... Also alles gut, mein Raptor ist gerade umgefallen, aber... Er ist betäubt, ja. Ach, ja. Oh, ich mache das halt so. Weil eigentlich bin ich auch doof, ne? Willst du mitmachen? Ja, können wir davor aus mitmachen, super. Oh, wieso nicht? Hm. Oh, hier ist doch der Bär. Sag ich doch, der ist doch hier. Ups. Hoffentlich folgt keiner. Ich habe wieder aus Versehen gepfiffen. Zur Not nimmst du halt von deinem betäubten, äh, Typen da den, das Sattel weg und gibst es einem anderen. Ach so, ach. Alles gut. Ich habe, äh, noch über 70 Pfeile. Alles gut. Es dauert ein bisschen, wie ich hier feststellen muss, aber... Oha. Jetzt ist er tot. So, mit was hast du das ganze Leder gefarmt? Spitzhack oder Axt? Mit der Axt? So, kann ich pfeifen und dann kommt mein... Oh, ich bin... Huh? Ähm. Dein... Oh, jetzt sind sie beide tot. Nooo. Ach so, warte mal. Ihm konnte ich ja helfen, indem ich so ne, ähm, die weißen Bären genommen habe, ne? Ja, kannst du mit weißen Bären füttern. Wieso sind die gegen die Raptoren verreckt? Beide! Ja, das frage ich mich auch gerade, aber ich habe auch nicht mehr drauf, wie, ähm... Stand der Alpha oder stand der normal? Ich habe es nicht gelesen. Ne, da stand Aberration-Dingenskirchens drauf. Das finde ich ja seltsam. Das ist sowieso, ja. Das ist ja ziemlich weird. Aber ich muss trotzdem hoch meine Leiche holen, weil... Da ist mein Schwert, da drin ist alles. Also wirklich habe ich das nicht das Gefühl, dass die weißen Bären helfen. Ja, nach und nach. Nicht sofort. Ach so. Na dann, wenn das klappen. No, armer Raptor. Liegt doch da bewusstlos. Meiner ist tot! Ja, okay, das ist noch schlimmer. Vor allem der Sattel. Ne, aber wo kommst du den Sattel jetzt wieder? Das finde ich rechtzeitig oben ankommen. Ach... So eine Scheiße. Oh. So. So. Charon hat bezahlt. Fanservice ist vorbei, jetzt kann ich mich anziehen. Ach, ja. Und wie tut der Raptor gerade so leid, wie da liegt. Mein geliebtes Haustier. Ich war nämlich mein Weg, äh, den Weg wieder dahin. Ich muss nur an den Raptoren vorbeikommen, dann kriege ich mein Zeug wieder. Mein armes Bibi. Ich greife nie wieder so ein Stachelfieh an. Ups. Das ist zu tief. Oh. Du bist Level 33 schon? Ich kann's mal sehen. Okay, ich muss von zu Hause aus laufen. Ich glaube, das ist der sicherste Weg. Von alten zu Hause aus. Kann ja mal gucken, was hier so abgeht. Aber wieso, wir haben doch ein Bett. Achso, nee, du willst ja einen Sattel wieder haben. Ja. Nicht nur den Sattel, auch mein Zeug. Ja, stimmt. Aber wenn das alles weg ist, ne? Oh nein, das hat so viele Ressourcen verbraucht. Weißt du, alles nur für irgendein Vieh, was jetzt sowieso gestorben ist. Ich hätte auf dieses lila Licht scheißen sollen, ganz ehrlich. Dann wäre ich jetzt zu Hause mit beiden. Ja, stimmt. Stimmt, es war echt nur wegen dem Licht, ne? Ja. Ich bin wie so eine dreckige Motte, die in so ein elektrisches Ding reingeflogen ist. Stimmt, jetzt, wo du's sagst. Zero, die Motte. Toller Folgenname. Mit dem lila Licht. Wie die Motten. Och, Mann, ey. Guck mal, der... Was ist gemein? Was? Der bewusstlose Raptor schwebt hinter mir. Okay. Ich dachte, der bleibt da liegen. Tut er eigentlich auch. Ach gut, okay. Cyro ist jetzt traurig. Komm. Yay! Ist ja Staffelfinale, da kann man auch mal oben ohne spielen. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig, um mal das aufzusammeln. Leute, alle, die das jetzt gucken, ob YouTube oder Twitch, drückt mir eure Daumen. Drückt sie mir, bis sie in euren Handflächen drin sind. Ich finde, mein Raptor macht auch gruselige Geräusche. Ich weiß, warum sie gestorben sind. Warum? Mein Raptor hat, glaube ich, nicht angegriffen, weil er noch auf Passiv war. Oder? Nein, der war definitiv nicht passiv. Hm? Ja. Weil er hat ja hier auch mitgekämpft, als der Bär angegriffen hat. Okay, hast recht. Erdbeben. 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 Da kommen diese ganzen Raptoren her, ey. Das ist ein crazy shit. Das ist krass, wann? Ich werde sie alle zähmen aus Rache und dann in den Abgrund laufen lassen. Natürlich. Und Zero oben drauf und denkt sich, Jeronimo! Die Herde wird mir blind folgen in den Tod. Ja, das werden sie garantiert. Das ist ja das Schlimme daran. Du siehst ja, mein Raptor folgt mir sogar noch, wenn er bewusstlos ist. Er robbt sich durch den Dreck. Er denkt sich, mein Brauchchen, lauf nicht weg! Armer Raptor. Ja, der tut mir auch gerade ein bisschen leid. Toll, die sind Pilze, die man nicht aufsammeln kann. Ich wollte Aquapilze farmen. Raptoren sollen sogar was nicht tun. Nein, definitiv nicht. Die Raptoren sollen mich auch nicht töten. Die Schweine, ey. Er ist wieder aufgestanden. Juhui! Juhui! Komm, zur Belohnung bekommst du jetzt einen leckeren, schmackhaften Dodo. Dann kann ich nämlich jetzt gleich mal vorführen, weil, äh, wie man auf so ein kleines Tierchen drauf sprengt. Da ist der Dodo. Juhu, jetzt ist der Dodo weg. Mit einem Haps sind die Mund. Juhui! Ich habe auch noch eine lustige Story, äh, zum Zähmen. Ähm, als es noch relativ neu war für mich, das Spiel, hatte ich mir das so durchgelesen. Und wenn man, äh, zähmt, Isis, äh, also wenn sie bewusstlos ist und man ihnen die, äh, gelben, äh, oh Gott, äh, die, 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 die weißen, äh, Bären gibt, dann, äh, kriegen sie schneller Hunger. Ja, weil die weißen Bären sind ja auch dazu da, dass sie aufwachen. So, das heißt, ich habe sie ihm gegeben und seine Betäubungs, äh, äh, Anzeige ist richtig schnell nach unten gesunken. Ich habe versucht, mit, äh, Betäubungsmittel gegenzuwirken, was rein theoretisch auch funktioniert hat, aber es ging immer noch weiter runter. Das heißt, ich musste jedes Mal, wenn er zu weit unten war, ihm eine auf die Glocke geben. Und dann ist er irgendwann gestorben. Das bewusstlose Viech. Okay. Das wäre schön. Aber hättest du nicht einfach die Narko-Bären nehmen können? Ne, ich hatte ja extra Betäubungszeug hergestellt. Narkosemittel. Okay. Hm. Hm. Aber von den Bären stirbt er nicht. Ne, vom Narkosemittel auch nicht. Er ist ja nur gestorben, weil ich ihn schlagen muss, damit er nicht aufwacht. Hm. Wenn, wenn ein Tier betäubt auf dem Boden liegt, kannst du ihn schlagen, damit die Betäubung wieder hochgeht. Oder ihn nochmal mit einem Betäubungspfeil oder so treffen. Ja, verstehe. Der ist natürlich richtig da. Aber meine Lieblingsstory ist immer noch, wie Zero das Raptor-Eye gegessen hat. Nein, das war nicht lustig. Hm? Es war traurig. Ja. Allerdings. Ich hab dich geschlagen dafür. Nein. Auch wenn VWP ausgestellt ist. Ihr Drecks. Viecher. Oh. Ich grüße hier noch. Aber rammt Raptor Level 11. Vor allem, der ist mir Level 11. Hm? Der ist vor allem nur Level 11. Ja. Der packt dich, weißt du, dann kannst du dich nicht bewegen. Ja. Das stimmt. Weißt du, als wir hingegangen sind, hatten wir kaum Stress, weißt du. Und jetzt sind da Kraptoren und so ein Scheiß. Ich bin dann genau da gespawnt, wo ich gestorben bin. Okay. Nächster Versuch. Hast du mich etwa schon gesehen? Der hat mich schon gesehen. The fuck. So. Hier kommst du nicht durch, die Gärchen. Ich auch nicht. Oh, cool. Ich habe sogar drei Samen für diese Nackrobären gefunden. Das ist sehr gut. Das heißt, ich werde mir gleich mal ein Gebiet abstecken, wo ich ein paar Farmen aufstellen werde. Oh, ich bin dran vorbeigekommen. Ein bisschen Glück kriege ich gleich meine Leiche wieder. Ja. Ziemlich viel Pech nicht. Dieser Weg ist mit Leichen von mir gesäumt. Oh, das ist ein Pferdchen. Oh, Pferde. Ja, Pferde will ich auch irgendwann noch haben. Aber dafür müssen wir erst stärker werden. Vor allem, ich glaube, das ist ein weißes. Cool. Das ist nice. Ja, sonst weißes Zebra-Pferd. Wie schön, dass hier die Ravager wieder da sind. Beziehungsweise der eine Leuchtende ist wieder da. So, Leiche, bitte sei noch da. Ich lauf nicht weg, Leiche. Ich bin gleich da. Vor allem, lauf nicht weg. Ist das Konstrukt? Oh nein. Schön, hier ist ein Baum direkt durch das Metall gewachsen. Ja, ich glaube, meine Leiche ist nicht mehr hier. Naja. Derweil wird 42. Ja, der hat die Versorgung. Okay, ich komme zurück. Scheiß drauf. Ich mache alles neu. Und ich schwöre es dir, ich komme da hoch. Ich baue mir da eine Leiter hin. Oder irgendwas. In der nächsten Staffel. Und dann töte ich sie alle. Allesamt. Diese dreckigen, kleinen, niedlichen Wesen. No. Dann wirst du jetzt mein neuer Raptor. Dann nehme ich dich halt. Wenn der andere mich nicht will. Gibt es eigentlich schon Zero-Kill-Counter? Das ist eine geile Idee. Nein. Hey, das werde ich beim nächsten Mal machen. Okay, Spitzsacke geht schon mal. Das ist sehr gut. Machen wir das Feuer mal aus. Also ich werde es auf jeden Fall beim nächsten Mal einführen. Definitiv. So. Mache ich auf jeden Fall schon mal die Spitzsacke. Und die Ambrust. Ich habe so schon die ganze Zeit überlegt, was man eventuell für Counter einbauen könnte. Einfach, damit ihr was zu zählen habt. Zwischendurch. So, wie viel Zeit habe ich jetzt noch? Knapp eine Stunde. Okay. Das kriege ich hin. Easy. Ja. Ja. Also für was auch immer. Metall sammeln und so scheiß. Wieder auf den Stand kommen. Ich werde sie alle umbringen. Johanna, Metall ist ja jetzt mittlerweile genug da. Ich werde sie alle zähmen. Ich zähme sie alle. Die werden sich noch wundern, wenn sie hier rumstehen vor unserem Zuhause und beschützen müssen. Nichts anderes machen können. Einfach nur rumstehen. Ja. Die werden sich denken, nein, ich will etwas tun. So, ich hatte ja ein Level Up. Solange ich Ausdauer regeneriere, können wir ja mal gucken, ob wir bereits einen Sarco oder ich suche mal einen Sarco-Sackel-Sackel-Sackel-Sackel-Sackel-Sackel. Sarco-Sackel ist 35, da möchte ich eigentlich gar nicht mal so weit entfernen, Frau. Ja, na dann scheiß du auf Raptoren, ne? Naja, der Sarco ist ja für Wasser eher. Ja. Nur wenn du mit ihm auf Land rumläufst, dann kannst du ja ewig rumlaufen, kommst du nie an. Stimmt. Da hast du recht. Aber dann kannst du wenigstens im Fluss rumschwimmen und alles beseitigen, was dir die ganze Zeit Probleme bereitet hat. Ich könnte einen Skorpionsattel machen. Einen Skorpi... Okay. Keine Ahnung, was das bringt, was der kann. Vergiften? Also betäubungsmäßig? Hast du ja schon selber gespürt. Ja, so ein bisschen. So, dann brauche ich noch eine vernünftige Rüstung. Pelz. Haben wir schon was Besseres? Leder. Was kommt? Wann kommt die nächste Rüstung? 37. Okay, dann mache ich die Lederrüstung. So, dann noch Schießpulver werden wir brauchen. Bärenfalle suche ich. Bärenfalle da. Bärenfalle haben wir jetzt auch. Cool. Ich glaube, da eine Bärle erst sogar schon wieder respawnt. Und Skorpionssattel lerne ich dann auch. Ich lerne einfach die Sachen, die wir jetzt schon haben. An Tieren, weißt du? Hm. Das größte Problem wird einfach nur sein, die Dauer wie das Metall halt braucht zum Schmelzen. Meinst du? Ja, es dauert ewig. Ich meine, ich könnte eventuell es noch schaffen, mein Schwert wiederzukriegen. Aber da ich jetzt erstmal die Armbrust habe, reicht das auch erstmal aus. Schwert ist halt wirklich nur Notlösung und ohne richtige Rüstung bringt mir so ein Schwert auch nichts. Hm, das stimmt wohl. So, ich muss mir hier das ganze Essen ablagern, ey. Ich bin bestimmt nur überladen, weil ich das ganze Essen immer mit mir rumschleppe. Okay. Los, komm, trage mich. So, da ist dazu, hole ich mir hier gleich noch mal ein bisschen Feuerstein, da habe ich schon ein paar Pfeile für mich. Ja, Feuersteine sind in den Kisten massig verteilt. Ja, ich habe... Oh, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Nein, du hast mich nicht gesehen. Hau ab. Nein. Ja, dann was denn? Unser Sarko hat mich gesehen. Wie, dann kommen wir doch zu Hause gelaufen. So schnell ist der jetzt nicht. Siehst du ihn? Ja, ja, der läuft ja gerade her. Jetzt kann ich nicht mehr zielen. Huiiii, okay, alles gut. Alles überlebt. Habt ihr ihn aufgegessen? Ja, ne? War mir klar. Aber krass, was die drei hier echt für... für Kräfte entwickeln. Soll ich dann nochmal auf Gesundheit gehen bei denen? Ja, kannst ruhig machen. Hm. Habe ich nicht für die Pfeile Feuerstein gebraucht? Doch, doch. Alles gut. Fasern und Stroh. Fasern habe ich ja ordentlich was hier reingelegt. So. Ach guck mal. Die haben die ganzen schwarzen Bären noch in sich drin. Wolltest du nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, die Steinplatten mal weitermachen? Ja, nö. Ja, nö. Sagt sie. Die Löffel brauche ich nicht. Äh, doch schon. Aber, ich habe mir gedacht, so für das Staffelfinale, weißt du, mache ich einfach was Sinnvolles. Okay. Nein, ich hab, äh, ich will einfach nur für unseren Nachschub an Bären sorgen. Das so. Und jetzt bin ich gerade dabei, mir Bete zu bauen. Weißt du? Mhm. Mhm. Ich hab nämlich drei Stück von diesen, äh, Narko-Bärensamen. Und nebenbei sammle ich die ganzen Bärchen ein und mach daraus Narkosemittel. Okay. Ja, dann können wir wie es denn noch ein paar Tiere ziehen, naja. Ja, eben, deswegen. So, gib mir Pfeile, Mann, gib mir Pfeile. Hier wird alles getötet. Ich bin jetzt im Rage-Mode. Oh, ich hab ein Level up. Ich hab ein Level up. Endlich. Level 30, Leute. Endlich Level 30. Äh, 30 bist du erst. Ja. Deswegen sag ich doch schon. Ja gut, ich hab die ganzen zum Goku hier hin und zu platt gemacht. Die haben wir ordentlich lewege gegeben. Naja, klar. So, was haben wir denn hier Neues? Oh, Stolperdraht, äh, Betäubungsfalle, das sowas ist ja auch geil. Naja, aber da steht irgendwie auch in Klammern oder so, dass es nicht für Tiere gilt. So, dass du sie dann nicht zähmen kannst. Achso. Vorübergehend. Damit niedergestreckte Kreaturen sind vorübergehend nicht zähmbar. Hm. Handschellen, stimmt. Ich will eigentlich immer noch die Handschellen haben. Hehehehe. Ja, ja. So, was hab ich denn hier neu? Okay. Äh, ne Falltür. Cool. Falltürrahmen. Ne Metallsichel. Was kann ich denn damit? Ein gebogenes Werkzeug, ideal um Fasern von Pflanzen zu ernten. Oder zum Filitieren von Fischen. Ja, cool. Ähm. Sag mal, lasst euch doch mal treffen, wir bleiben köpflicher. Ne gut. Ich hab jetzt auch nichts dabei, was ich jetzt unbedingt lernen muss. Kackst du schon wieder vor meinen Augen hin? Ins Haus? Schäm dich, Raptor. Schäm dich. Und wer muss es wieder auf? Ich. Ja, das hört auch deine aus dir. Hehehehe. Ja, wieso? Ich treff die Pücher nicht, was soll denn das? Ah, cool. Okay, jetzt hab ich nicht mehr so viele Pfeile. Endlich werden mal die Steine in der Kiste gebraucht. Ich habe das Gefühl, wir brauchen immer alles außer Steine. Ich will diese scheiß Revenger hier weg haben. Muss die hier bei uns rumlaufen? Ja, die sind halt wieder ziemlich nah an uns dran. Aber ich treff die nicht von da aus, wo ich bin. Hm. Ist blöd. Bewegen sich auch immer so random, wenn ich gerade auf sie schießen will. Ne hehehehe. Random vor allem. Mhm. Einen Scheiß machen die random. Die machen alles mit Absicht. Die tun immer nur so, als wenn das... Oh! Aus Versehen nach rechts genommen. Hm. Ja, genau das hat er gerade gemacht. Hm. Das gibt's doch nicht. Ich will nicht auf den Hügel, weil da ist das echt kacke. Da können sie zu mir kommen. Mit dem Stein fühle ich mich wesentlich sicherer. Ja, das glaub ich. Ja, endlich. Jetzt kommt mal hier, ich kackviecher. Okay. Okay. Der ist irgendwie scheiße langsam. Hm. Du weißt, was der schon wieder gefressen hat. Hm. Hier. Seben hab ich ab. Hör melancholisch. Die täglichen weg. Oh mein Gott. Ich hasse Ihren Beeren. Oh, ich hab ja gar keine... Oh Gott, ich hab gar keine Axt. Okay. Jetzt muss ich kurz mal... Aber ich hab genug Betal, um jetzt eine zu machen. Ja. Die mach ich dir jetzt fix. Solange sie nicht aufgefressen werden. Die sieht da liegen. Komm wieder, frisst da jemand irgendwie. So ein Dodo. Mhh, war lecker. Nein, das sind unsere Tiere. Die dürfen nur wir essen. So... Na, das Pänzchen wächst. Leder, hast du noch... Hast du noch ein Leder? Ja, 23 Stück hab ich bei mir. Ich hab auch Leder, um meine Axt zu machen. Gib mir! Bitte. Bitte. Wie viel brauchst du denn? Eins. Gut. Äh, wo bist du? Hinter dir. Hinter dir? Oh. Bitte. Und... Da hast du. Danke schön. Jo. Gerne. So, dann hab ich die Axt auch komplett. Dann farme ich jetzt Leder. Dann geht das ab. Gut. Und wenigstens sind dann die Revenger hier weg. Hm. Ja, das stimmt. Hihihi. Nun hab ich so ein bisschen Scheiß aufgesammelt. Yay. Was hattest du denn dabei? Bären? Der hat eine Eisenspitzsacke dabei. Toll. Wie, wer? Der, der Dingsbums? Der Ravager. Hat er dich vielleicht irgendwann mal getötet? Nee, nee. Das ist, äh, Random Loot. Okay, cool. Wieso nicht? Ja, der hatte auch eine Pike dabei. Die kann ich jetzt ausrüsten. Ein paar Pfeile hat er auch im Start gehabt. So. Bären und so ein Kram. Mal gucken, was der andere so... Vielleicht hat der andere auch irgendwas dabei. Nee. Jo. Cool. Nö. Schade. So. Ich geh auf die Jagd. Und Stego möchte ich nicht unbedingt angreifen. Nee. Ich glaub das wär reinster Selbstmord. Ich könnt mich vielleicht aufm Stein flüchten. Na gut, jetzt bin ich erstmal tot. Das war's mit dem Stein. Oh, ich lauf mal zurück während des... Ich sterbe. Für mich ist er einfach so gestorben. Weil ich in Pilze reingelaufen bin. Ach so. Ja, verstehe. Ach Gott, ey. Diese dreckigen... Wichs... Pilze, ey. Krieg ich hier noch Hass? Verständlich. Aber guck mal. Unser Gebiet ist jetzt schön frei. Ja. Ja. Ja, was leuchtet denn da aufm Boden? Ach, das ist so ne... so ne... so ne Fossilpeil. Mit ner Taucherhose. Geil. Warum findest du immer in so n Dings so viele coole Sachen, ey? Das verstehe ich nicht. Nee, du musst darauf achten, ob sie stinken. Also wenn der Rauch rauskommt. Ah, okay. Ansonsten sind da nur Knochen drin. Und wenn sie... wenn die qualmen, dann nicht. Der Dreckigen! Was... wo... äh... Da bist du. Na toll. Der Ravager hatte eine... äh... eine Waffe dabei, die irgendwie zwei Schläge ausgehalten hat und kaputt gegangen ist. Die war so ne... so ne dämliche Mücke, die meine Leiche fressen wollte. Schweinerei. Hihi, ich fütte den Bulping... Pul... äh... Bulb... Nee, Bulb-Dog. So rum. Also fütterst du ihn jetzt doch. Ja, der läuft hier rum. Und freut sich. Guck mal, wie süß der ist. Wie... wie lächelt er ankommt. Der will gefüttert werden, hat er gesagt. Aber irgendwie... seh ich noch nicht, dass der irgendwie gezähmt ist oder so. Frisst der gar keine Beeren? Nee, Pilze waren das. Pilze? Oh. Ja, dann ist klar, warum es nicht nicht füllt. Hm... Dann warte ab. Halte aus! Kleines... ...Rug-Dog... Dingsbums. Dann fütter ich ihm halt Pilze. Guck mal, bring ihn mal zum Leuchten. So. Hm... So bist du hin. Daaa! Das hier kommt da so an und denkt sich, hühühühüh, lecker. Hm, hühühüh, ist mir aber scheißegal. Hühühüh. Voll angelogen. Wer? Ehrlich? Ja. Wo sind schon mal die falschen Pilze? Ja. Ja. Magma Pilze hatte ich ihm, glaub ich, gegeben. Hopi. Hier höre ich natürlich nicht. Oh, steckst du wieder fest. Da tut mir fast schon leid. Wenn es geht, ist es leider zu doof, um zu durch Steine durchzukommen. Ach, ja. Was ist denn die das? Hm... Aquatic Pilze. Oh, schön 97 Leder rausgeholt. Guck mal, er kommt sogar schon zu den anderen. Ist das nicht schön? Ach, guck mal. Ah, jetzt... Jetzt fühlt sie sich. Ah, er hat sich gefreut, er hat sich gefreut. Dann kann man ja sogar Y drücken, wenn es das Richtige ist. Jaja. Ich hab da mal eine Oma! Er kommt sogar schon aus unserer Basis zugekommen gelaufen. Nö, he hä hä H När. Ich bin niedrig, ey. Und schon zu 38% gezähmt. Mard, keine hohes Level. Nö, nö, Level 6 ist er nur... Hey, süß. Nö, he he.